Hallo, hier ist er wieder, der A-Tog und weiter geht's mit Evo. Search for Eden. Ja, mal schnell was auf die Schnelle aufnehmen. Und oh Gott, Otto. Nom nom nom. Au, lecker. Puh. Ich wollte ja eigentlich nichts aufnehmen, die nächste Zeit, weil ich mich eher mit Final Fantasy XIII beschäftigen wollte. Ich denke mal, die Folge lade ich ja morgen hoch und gestern habe ich es bekommen, das Game, also habe ich es mir geholt, habe es ja vorbestellt gehabt. Und boah, das Spiel ist ja übel. Einfach nur übel. Also von der Grafik her, bam. Das würde auch, also ich denke mal, wenn nichts Besseres kommt, dann würde das Rollenspiel 2010. Ohne Probleme. Oh Gott, wir haben die Superfüße wieder, ey. Lalalalalala. Und ich weiß nicht, seitdem, ähm, Yeti, seit Familie Yeti da am Start war. Oh nein, wie habe ich das getan? Mag ich den Menschen nicht. Mag ich meine, Mensch kann ja nichts dafür. Aber, oh. Oh, haben die Yetis mich abgefuckt. War ja unglaublich, oder? Zuerst der eine Yeti, der Yeti-Mann prügelt uns zusammen. Und dann kommt die Frau. Hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau mit riesen Äumeln und klatscht mal in die Hände. Oh, wir kriegen unsere Entenbeine weg. Sehr schön. Oh, Fisch. Oh, Grizzlys. Ihr seid doch kaputt. Was ist denn hier los? Das ist aber fluchter Grizzly. Der kann so hoch springen wie ich. Ein Grizzly. Oh mein Gott, ja, ja. Nee, nee, ist klar. Nee, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Verstehe ich schon. Also, mit den Menschen muss man echt spielen können. Da musste schon echt besser sein. Also, als Popliger, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, Anfänger in dem Spiel? Du hast ja echt Probleme, ich meine, weil die machen immer noch übel Schaden bei dir. Du kriegst auch weniger. Irgendwie kann der Körper des Menschen nicht mehr so gut die Nahrung in ihre Nährwerte umwandeln wie... Ach, du Kacke. Hitten Siegur's Auraus. Ha! Hier kommt ein anderer Enemie. Don't attack us, please. You like to live in peace. Please, leave us alone. Hm. Hm. Let's them be. Really? Thank you. I will tell you a secret for your kindness. In the cave at the southern continent there's a strange creature, no one has ever seen before. They evolved with the face of a cat and the body of a rabbit. Ach, see, das sind die Affen. Von hier, von dem kleinen Ullme. Kriegste... Die Info, dass du das mal ausprobieren sollst. Aber... Oh Gott. Wie stark ist der Mensch denn? Haha. Der Henker kommt. Huah. Ey, mit einem Schlag. Ich prügele die Dinosaurier kaputt. Das ist ja mal kaputt. One-Hit-Wonder. Äh, One-Hit-Killer. One-Hit-Wonder. Weil wir so gut singen können. Weiter geht's. La-la-la, ich hab den Wecker nicht gestellt. Ach egal, ich nehm einfach auf. Oh, Pferdchen. Na, 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 na. Ja, du Pferdesau. Das ist auch Ärger. Hm. Ja, ja. Und zum Schluss wird das Spiel ein bisschen lame. Weil wir eigentlich gar keine Punkte mehr sammeln müssen. Obwohl das besser ist, wenn man bedenkt, dass wir uns in diesen Little Botaner verwandeln können. Und dadurch wieder volle Energie bekommen. Hm. Sabertiger. Sabertiger. And the stars share is in the sky. Ja. Mwahaha. Schnell weg. Woah. Ich hab ja auch für eine Folge Carson Vanier Area of Sorrow für den Game What Once aufgenommen. Und da hängt es. Das hängt, das hängt, das hängt. Das hört nicht aufzuhängen. Es geht immer weiter und ich dreh bald am Rad. Die Melodie hört sich an... Es ist einfach nur kacka. Oh, der Kondor. Hey, I saw it. I saw a silver shining object like a bird flying. I've never seen such a bird. Ich schwe remi. Guck was zum... Oh, die Schaden machen die denn. Echt ernsthaft jetzt. Die wandern Pro Ding... Also als Mensch muss man echt aufpassen! Aufpassen! We are the amphibians who monitor the plant life. We are pleased to see the plant life increasing. We will continue to monitor the plant life, as long as the sky is blue. Yeah, that's very nice. Oh. Hey. 5.000. What the hell? Oh, I trust the sheep. I don't trust the idyllian here. Let's do it first. Yes. Let's do it now. Very easy. Hahaha. He has a certain kind with me. Not a bit, but hey. So. Ach, let's do it again. Review. One chance to change a creature recorded in a little vlog. What will you evolve? And so... Come, let's do the dragon. Yeah. Okay. No move. We can do it again. You hear someone whispering. Now come. We should stop the evolution experiment. I agree with you. We have continued this experiment to try and avoid the evolutionary mistakes our anxious made. But this was wrong. Recall all of the crystals used in the experiment. I'm afraid some of the creatures learned of the power of the crystals. What? Only beings from our tribe can understand the secret of the crystals. I wonder. Are there other creatures like us? Yeah. Stimme A and Stimme B. Fiedle A and Fiedle. What the hell? Well, forgive us. We were wrong. We regret our action. And we will never interfere again. Forgive them. Thank you so much. What an open-minded traitor. For your kindness we will take you to our planet. What? And then you went to their home. During a long journey you heard about stories from them. Oh my god. We are the dino people. What the hell? We evolved more than a billion years ago. We live peacefully nowadays. But we made many mistakes and almost destroyed our planet. I was afraid you would evolve in the same way and make the same mistakes we did. That is the reason we delivered the crystal. However, I was meddling and I apologize. We would be able to see our planet soon. Oh god. Then you will be welcome to the planet Mars. After staying for a while you may come back to Earth safely. Is that not crank? Okay. That is really bad. Aufwärts Oh mein Gott Mampf Nom 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 Piu wei pidi pidi piu Huah Schau schau guck Oh Gott, guck der Krim